Ich war da, Gandalf. Ich war da vor 3000 Teilen. Ich sah, wie die Geduld der Menschen versagte. Wer mag es heute noch, sich an eine solche Herausforderung zu stellen? Man braucht Leute mit Verstand für diese Abenteuer, was auch immer, Geschichte. So, hier werden wir jetzt versuchen, diese tollen Puzzleteile, von denen es noch ungefähr 2780 mehr gibt, in Slow Motion vor einem schwarzen Hintergrund, besteht aus dreckiger Pappe. So, ja, aufzunehmen. Also mal gucken, ob das funktioniert. Ich bin sehr gespannt. So, ich gehe fest davon aus, dass ich hier vor 30 Aufnahmen oder mehr machen muss. Also erstmal scharf stellen. Wo kommen die Puzzleteile hin? Hier so. Ich bin so aufgeregt. Das wird nie weh machen. Gut, ich versuche Nummer 2. Ich glaube, wir brauchen mehr Puzzleteile. Ab wann kann ich es nicht mehr ruhig hochladen, ist die Frage. Wann sind es zu viele? Guck mal, hier sind schon welche zusammen. Die brauche ich nachher. Das muss ich mir nachher, bis sowas rauskommt. 3, 2, 1. Ich habe am Handy gebackelt. Schatz. So, dann wollen wir mal gucken, ob sich das hier gelohnt hat. Ich sage Nein.